Gut, dann lass mich doch einmal da durch. Ich lasse dich da einmal noch durch. Ach, Uhr. Ich lege mein Handy hin, weil wenn man mir eine Bühne gibt, dann muss man da auch ein Ende im Blick haben. So, also, ihr habt es schon ein paar Mal gehört, ich bin Sarah, ich bin Editorial Strategie bei den Netzstrategen und bei der Hallo Digital. Ich habe den ganzen Tag mit Inhalten zu tun, mit Text zu tun, auch mit Audio zu tun. Ich produziere auch einen Podcast und da braucht man viel Kreativität und regelmäßig Kreativität. Und wenn man was viel benutzt, das kennt ihr ja vielleicht, dann kommt man doch manchmal an seine Grenzen. Deswegen habe ich mich damit viel beschäftigt und möchte es gerne mit euch teilen heute Abend. Ich gucke mal so nach hinten. Hört ihr mich denn gut? Spreche ich laut genug? Ah, geil. Cool. Ich habe mir noch etwas Unterstützung mitgebracht. Mein Flipchart. Und zwar, die Textmenschen haben ja immer so eine Affinität oder gerne mal zu Papier. Aber was ich gerne möchte, ist, ich möchte mit euch kreativ sein. Ich möchte Ideen sammeln. Ich möchte Prozesse, Inspiration sammeln. Das aufschreiben, das gerne in die Präsentation dazu packen, was fehlt und es dann gerne mit euch teilen, dass wenn ihr selbst mal in einem halben Jahr oder so denkt, ach, ich bin einfach nicht kreativ oder ich stecke jetzt fest, ich würde gerne irgendwas machen, um es ein bisschen aufzulösen, dass ihr dann einfach auf die Präsentation zurückgreifen könnt. Das wäre so mein Traum. Schauen wir mal. Genau. Dann geht es auch schon weiter. Ich habe eine Agenda gemacht, so ganz klassisch und wie in der Uni. Aber dann wisst ihr, was auf euch zukommt. Also ich stelle euch gleich ein paar Fragen. Ich möchte gerne wissen, inwiefern ihr euch schon mal mit Kreativität auseinandergesetzt habt, wo ihr da steht, damit ich euch hoffentlich auch alle abholen kann, da wo ihr seid. Ich möchte euch gerne mitteilen, was das Ziel ist, wobei es eigentlich schon ein bisschen vorausgenommen. Aber damit ihr wisst, auf was ihr euch eingelassen habt und am Ende, falls ich es nicht liefere, dass ihr nachfragen könnt. Wir gehen ganz kurz auf die Theorie ein. Was ist denn Kreativität? Damit wir da über das Gleiche sprechen, weil das werdet ihr vielleicht auch noch merken, wenn man da mit Menschen drüber spricht, hat man da einfach ein unterschiedliches Bild. Wir gucken uns Prozesse an, die Kreativität fördern können, wie man das üben kann. Also das, was ich im Titel versprochen habe. Ich möchte gerne mit euch über die Denkweise sprechen, mit der ihr an Kreativität rangeht. Wir sprechen über so ein paar Dinge, die Kreativität fördern können. Wie ihr seht, ich fasse mich gerne kurz. Wir sprechen über Inspiration, wo kriege ich die her, wie kann ich die vielleicht anderen geben, wie kann ich das üben. Dann kriegt ihr nochmal eine Zusammenfassung, wie sich das so gehört. Plus, ihr habt dann viel geredet, es ist vielleicht cool, da nochmal anzukommen. Und wenn ich so schnell war, dass wir noch Zeit haben, machen wir zusammen meine liebste Kreativitätsübung. Schauen wir mal, ob wir da hinkommen. So, dann als erstes frage ich nochmal, wo steht ihr? Wer von euch sagt, ich bin kreativ? Hebt gerne mal die Hand. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Da kommen wir noch drauf zu sprechen. Sechs, ihn, ja, ich würde mal so sagen, so ungefähr die Hälfte, wer sagt, ich bin nicht kreativ, ich kann damit gar nichts anfangen, schrecklich. Drei, vier, fünf, wer hat sich enthalten? Auch ein paar enthalten, super. Wer hat sich denn schon mal damit auseinandergesetzt? Mal ein Buch gelesen, Kurs gemacht. Eins, zwei, cool, ich zähle auf euch drei. Ich zähle auf euch. Natürlich, dass wir das Ding füllen und möglichst viel sammeln und weitergeben können. Genau, mein Ziel des Vortrags ist, ich möchte, dass hier alle rausgehen und wirklich verstanden haben, egal wo ich bin in meiner Kreativität, auch wenn ich sage, ich kann das gar nicht, ich kann das üben, das kann jeder lernen. Ich glaube niemandem, der sagt, ich bin nicht kreativ. Und auch die Menschen, die sagen, ich habe da schon mein Ding, vielleicht findet ihr noch was Neues. Ich bin mir sicher, dass hier viele eine schlaue Idee haben, die dann hoffentlich hier bei meinem Freund landet, die ich dann euch mitgeben kann. Also genau, ach, ich mag GIFs. Das werdet ihr auch noch sehen. Also ich möchte, dass wir von der oberen Situation, ah shit, ich komme nicht weiter, egal in welcher Situation es ist, Kreativität braucht man nämlich ganz schön oft, in die untere Situation kommt und sagt, okay, das ist jetzt gerade scheiße, aber ich mache was, damit es besser wird. Ich mag GIFs. Also wir werden heute unseren Werkzeugkoffer einfach füllen. Wir werden ein paar Sachen kennenlernen. Wir werden vieles leider nur anschneiden können, weil ich habe nur 20 Minuten. Ich hatte bei der Vorbereitung auch so wirklich diese Reise von, oh Gott, was sage ich, das wissen doch alle zu. Ich will einen Tagesworkshop machen, wie geil. Schauen wir mal, ihr könnt mir dann Feedback geben, wo ihr gerne mehr wissen wollt davon am Ende. So, wir gehen einmal ganz kurz über die trockene Theorie. Was ist Kreativität? Wikipedia sagt, Kreativität ist die Fähigkeit, etwas zu erschaffen, was neu oder originell und dabei nützlich und brauchbar ist. Und was ich da ganz spannend finde, ist, da steht nichts von schön. Da steht nichts von toll. Das hätte ich ganz anders erwartet, weil ich assoziiere Kreativität mit, da hat jemand eine Idee und dann macht es Puff und dann gibt es Harry Potter. Aber so läuft es in der Regel nicht. Victionary, Fähigkeit, Neues, Schöpferische, Ideen und oder Taten umzusetzen. Und was jetzt meine Definition ist, auf was ich hinaus will, ist, Kreativität hilft, Probleme zu lösen. Und zwar ganz viele Probleme. Es sei das jetzt tatsächlich, ich habe den Traum, ich will Autorin werden, ich schreibe ein Buch oder auch, ich möchte meiner besten Freundin eine ganz tolle Karte schreiben oder ich möchte ein tolles Video machen oder wir möchten unserem Chef irgendwas präsentieren und möchten das so erklären, dass es wirklich ankommt und wir was machen können, eine Fortbildung kriegen oder so. Dafür hilft Kreativität. Für mich ist das in allem dabei. Deswegen möchte ich es auch gar nicht glauben, wenn jemand sagt, dass er nicht kreativ ist. Genau, das ist so mein liebstes Gift, was, ich habe es so oft Kreativität gesagt, ich kann es auch schon bald nicht mehr hören. Tatsächlich dieses, ich habe es schon vorweggenommen, ich habe eine Idee und dann ist es einfach da und perfekt. Und davon müssen wir wegkommen, weil so läuft es in der Regel nicht. Ihr habt ja gesehen, wer sich so ein bisschen gemeldet hat, wer gesagt hat, er ist kreativ, könnt ihr auch noch, wenn ihr euch unterhaltet, wer so kreativ arbeitet, fragt mal. Fragt nach, wie so der Prozess ist. Und ich möchte das auch gerne wissen, wenn einer von euch da ist, der sagt, das flutscht einfach immer und ich habe da nie Probleme. Uh, das möchte ich gerne genau wissen, weil so, wie gesagt, läuft es in der Regel einfach nicht. Ich habe jetzt ganz viel erzählt, was es ist. Fehlt denn jemandem noch was? Fehlt noch jemandem ein Aspekt, den wir hier jetzt noch drauf packen? Nein, dann machen wir weiter. So, damit ich auch nichts vergesse. Also, Prozesse. Kreativität kann geübt werden. Da gibt es ganz, ganz viele Sachen. Zum Beispiel der ominöse Spaziergang. Das haben die meisten schon mal gehört. Geht spazieren, lasst euer Handy zu Hause, redet mit niemandem, lasst euren Gedanken. Einfach freien Lauf, geht spazieren, dann kommt euch eine Idee. Es ist egal, was, es kommt nicht auf diesen Spaziergang drauf an, sondern es kommt auf was ganz anderes drauf an. Warum, warum rät man das? Was glaubt ihr? Dürft gerne reinrufen. Warum sagt man, wenn du kreativ sein willst, wenn du eine Blockade hast, geh spazieren? Weil es was ganz anderes ist, was du ansonsten machst? Mhm, eine Abwechslung. Die Bewegung versorgt es ja mit mehr Sauerstoff. Der Menschweich, wirst du kreativer, kannst du besser denken. Mhm, also für den Körper auch so eine Erfrischung. Verschiedene Sinnes-Eindrücke. Ja, man kommt einfach raus. Also, auf was ich hinaus will, tatsächlich die Mischung von euch beiden ist tatsächlich einfach das fresh, Kopf freimachen, wegkommen von dem, was man ist, von dem leeren Blatt Papier, auf das man gerade starrt. Weg von dem Frust, aber es ist tatsächlich egal, was man macht. Es muss kein Spaziergang sein, es kann ganz andere Sachen sein. Und da fängt jetzt schon an, da möchte ich gerne einmal mit euch sammeln, was macht ihr denn, damit ihr so einen frischen Kopf kriegt und kreativ sein könnt. Ich zum Beispiel mache dann gerne so eine kleine geführte Meditation. So, ihr dürft gerne reinrufen, während ich schreibe. Duschen. Medi- Ja, tatsächlich kam heute ein Artikel von der T3N. Duschen und es wurde sogar wissenschaftlich untersucht, das verlinke ich euch auch in der Präsentation. Was noch? Joggen. Joggen, Sport. Was noch? Trauer zu streicheln. Katze streicheln. Und rauchen. Okay, bei rauchen, da komme ich auch später noch drauf zu sprechen, das würde ich so gleich rauchen, Drogen, Pilze, Kaffee, Alkohol. Ja, da bin ich nicht so der Fan davon, muss ich sagen, also vom Kaffee schon, aber nicht dafür. Was das, glaube ich, auch viel macht, ist auch dieses Refreshen, man macht was. Wenn man raucht, hat man ja was in der Hand und wenn man was trinkt, hat man was in der Hand und das ist auch so dieses, den Kopf erfrischen. Noch was? Aufräumen. Aufräumen, ja, Spülmaschine aufräumen, putzen, ja. Ich lasse den Stift nachher da, falls euch noch was einfällt und uns was fehlt, gerne dazu packen. Die dauerhafte Lösung, die ich euch geben möchte, die das alles quasi wirklich auch zusammenfassen, so ein Schritt drüber ist, so ein Meter ist, ist die Denkweise, mit der man an Kreativität drangeht. Also ich habe ja vorhin schon gesagt, viele denken so, ah, okay, das muss leicht sein und dann jemand kann das oder jemand kann das nicht oder, ah, ich möchte es gerne können, ich möchte gerne diese eine Möglichkeit finden, aber ich gucke jetzt auch mal in die Gesichter, ich weiß nicht, ob es euch auch so geht, bei mir geht es immer irgendwann verloren. Also spazieren gehen hat mir super geholfen, bringt jetzt gar nichts mehr, ist langweilig, ist, ich, mein Kopf schwirrt irgendwo hin, meditieren funktioniert jetzt gerade, bald vielleicht nicht mehr. Ich sehe viele nickende Gesichter, es ändert sich immer. Also das ist so mein Hauptding, auf das ich gerne hinauskommen möchte. Habt im Kopf, dass sich das verändert, so wie ihr euch auch verändert, müsst ihr euch da immer wieder neu austricksen. So, kreativ sein ist ja auch, hat was mit Arbeit zu tun, das ist anstrengend, wir möchten ja was erschaffen und das fällt uns einfach nicht so leicht. Also, wobei ich spreche vielleicht lieber nur von mir, es fällt mir nicht so leicht, ich bin selbst oder der Mensch ist ja auch so eine faule Person, deswegen muss man da immer mal wieder so ein bisschen nachliefern und neu austricksen und gucken. Also, ich habe es aufgeschrieben, dass falls ich mich vor Nervosität verhaspe, dass wir auch wirklich aufs Richtige kommen. Wir verändern uns stetig, genauso müssen die Prozesse sich verändern, also in dem Fall der kreative Prozess. Wenn ihr merkt, eins davon, und da sind auch noch mehr in der Präsentation, funktioniert nicht mehr, probiert was Neues aus. Geht da einfach dran mit, okay, ich kann das noch nicht so gut. Jemand, der zum Beispiel Fußball spielt oder Klavier spielt, kann das auch nicht von Anfang an gut. Der muss auch üben und immer wieder neue Sachen üben und da einfach dranbleiben. Und über diesen, im Englischen heißt es The Dip, ich bin da noch nicht so ganz durchgestiegen, wie man es gut übersetzen kann, muss man über diesen Moment, wo es keinen Spaß mehr macht und echt wehtut, wenn man nicht mehr will, da drüber hinweg kommen. Es gibt kein magisches Mittel, ich kann euch leider nicht die eine Sache mitgeben, außer diese Denkweise, dass ihr da immer dranbleiben müsst und euch immer wieder was Neues aussuchen könnt auch. Ist ja auch super spannend, dass man da neue Sachen ausprobieren kann. Ich habe zum Beispiel angefangen, wer mich kennt, weiß das schon, Improtheater zu spielen und das ist für mich so ein Kreativitätsschub gewesen. Ich habe davor ganz lange ganz, ganz viel Angst, aber es wurde immer einfacher, je mehr ich das geübt habe. Und so geht es auch mit Schreiben und Videos machen und Sachen designen, einfach dranbleiben und machen. Genau. Dann möchte ich euch auch noch mitgeben, dass Kreativität nicht wirklich ist dieses, okay, es muss jetzt ein Buch sein. Ich muss jetzt ein gutes Buch schreiben oder eine gute Kurzgeschichte schreiben oder auch kleiner, ein geiles TikTok machen, das ganz, ganz viele Aufrufe hat. Das könnt ihr nicht so richtig kontrollieren, da fließt die Kreativität nicht so. Aber was ihr kontrollieren könnt, ist, wie viel Zeit ihr da reinbuttert, wie viel ihr euch damit beschäftigt. Also wenn ihr sagt, ich möchte Autor, ich gehe es halt immer vom Schreiben aus, ich möchte Autor sein, ich möchte erfolgreich sein, ich möchte da ganz kreativ, toll arbeiten. Könnt ihr das viel besser erreichen, wenn ihr sagt, okay, ich arbeite eine Stunde die Woche, eine Stunde am Tag an diesem Ziel und ich packe das da rein. und nutze die ganzen Kreativitätssachen, die jetzt noch kommen, als wenn ihr sagt, oh, da muss jetzt eine Kurzgeschichte, wenn ihr euch vor das Blatt Papier setzen sagt, da muss jetzt eine Kurzgeschichte rauskommen. Oh no, das ist viel fanziger, als ich das wollte. Bitte, Effekte, geil. Ich habe es schon ein bisschen vorausgenommen, wie kann ich es üben? Man muss es machen, den kreativen Prozess, ihr müsst den machen, es hilft leider nicht. Ich wünsche, es wäre so, wenn man einfach nur ein Buch darüber liest oder zu einem Vortrag geht oder ein Video sich anguckt, das ist leider nicht der Knackpunkt. Und manche, ich sehe schon, denken jetzt so, ja, ja, ich weiß, aber ich möchte es euch trotzdem nochmal genau mitgeben, weil es ist schwer, es ist so schwer, kreativ zu sein, aber wenn man mal diese Brücke überschritten hat und sagt, okay, ich mache es, ich mache es regelmäßig, dann wird es immer leichter und es tut immer weniger weh. So, wie könnt ihr üben? Ich gebe euch mal so ein paar Sachen mit, wir sammeln dann später noch ein paar Sachen, das ist leider nicht vollumfänglich. Also ich rede es schon seit 14 Minuten und ich habe ganz viel nur angeschnitten und ihr seht, wie begeistert ich bin, ich würde auf so viel gerne noch mehr eingehen. Mein Lieblings-Tool im Moment sind Morning Pages oder Pre-Game Pages, kann man nennen, wie man will, aber was es einfach ist, ist ein Dreiblatt Papier oder jetzt zum Beispiel so ein Notizbuch und dann schreibt man einfach drauf los, wenn man vor einer Blockade sitzt, wenn man was kreativ lösen muss und nicht weiterkommt. Sei es, wie gesagt, Content oder irgendeine Sache, die ihr lösen müsst, Facebook darf keine personalisierte Werbung mehr machen, da muss man sich schlaue Sachen überlegen, wie kann man damit arbeiten, wie können die Firmen trotzdem Werbung machen, und wie werden die Leute informiert. Und sagen wir, ihr steckt fest, ihr wisst nicht, wie es weitergeht, setzt euch hin, nehmt die drei Blätter, schreibt alle eure Gedanken runter. Das muss nicht toll sein, das muss nicht die Lösung sein, aber guckt einfach, dass es rausfließt. Das klingt jetzt so blöd, so ein bisschen esoterisch, habe ich manchmal das Gefühl, aber es ist tatsächlich so. Haut's raus, weil irgendwann kommt dann das Gute. Wenn die ganzen Fragezeichen und Sorgen und Gedanken einfach mal weg sind und euch nicht mehr beschäftigen, dann ist da nämlich Platz für das Gute. Ihr könnt euch ein Template mit Fragen hinpacken, also wenn ihr zum Beispiel sagt, ich möchte Geschichten schreiben oder YouTube-Videos machen oder irgendwas und ihr merkt, ich will und ich weiß, wie es geht, aber es passt nicht, macht euch ein Template mit Fragen, guckt auf Notion, es gibt 100.000 Templates, weil ganz viele Menschen diese Probleme haben und genau das so anlösen. Eine Übung, die ich ganz toll finde zum Kreativwerden, ist eine Fünf-Satz-Geschichte. Eine Person, ein Problem und ein Ort, schreibt eine Geschichte in fünf Sätzen. Das Krasse ist, ihr müsst euch da kurz halten und könnt nicht einfach nur drauflos schwätzen, sag ich mal. Und das Interessante daran ist auch die Limitation. Zeit ist auch eine gute Limitation. Oder ihr dürft eine Wörter benutzen, die kein E haben. Also challenged euch da, übt es und dann wird es besser. Die Übung machen wir vielleicht noch am Ende, wenn wir noch Zeit haben. Ich glaube, wir haben es nicht. Schnappt euch eine Person. Menschen sind nämlich auch sehr inspirierend und kreativitätsfördernd und erzählt mir der Person eine Geschichte. Ich sage zum Beispiel, es, und dann sagt eine andere Person, war einmal ein Einhorn. Das ging in, und das klingt jetzt so albern, aber macht es einfach mal mit einer Person. Da passieren Sachen, das ist so toll. Löst kleine Dinge so kreativ wie möglich. Also die Geburtstagskarte an die beste Freundin, die ich vorhin gesagt habe, macht es zur geilsten Geburtstagskarte, die ihr jemals geschrieben habt. Oder ich habe mal eine Zeit lang ein ehemaliges Treffen organisiert und die Einladungs-E-Mails, da habe ich mein ganzes Herzblut reingepackt. Das war, bevor ich gearbeitet habe, noch in der Studiezeit, was ich da an Geschichten und kleinen Easter-Ecksen so reingepackt habe. Völlig übertrieben und unnötig, aber es kam gut an und so habe ich mich einfach gechallenged, dass jede Woche irgendwas Besonderes dabei ist. Bringt eine andere Person bei, was ihr macht. Oder bringt der anderen Person die Kreativitätsübung bei und macht die mit ihr. Ich habe vorhin mit irgendjemandem gesprochen und die Person hat gesagt, für mich sind andere Menschen das Inspirierendste. Und muss ich auch sagen, also wenn ich so einen tollen Vortrag wie von der Vanessa vorhin höre, dachte ich auch so, was sie als Tolles, Krasses macht, nutzt es. Ihr habt so viele wundervolle Menschen in eurem Umfeld. Die 1%-Regel ist noch so eine Übung, wenn ihr zum Beispiel dann so langsam reinkommt und merkt aber, ach, irgendwie wird es nicht besser, es schläft, nehmt 1% davon, macht es besser, macht es anders. Zum Beispiel bei einem Video den Ton oder bei einem Text die Länge. Sucht euch was aus, wie gesagt, challenge euch selbst. Lest, guckt, konsumiert Sachen von anderen, Sachen von Menschen, die ihr bewundert, die ihr toll findet. Schaut euch an, was die machen und wie sie es machen. Aktiv, nicht nur genießen, sondern auch wirklich gucken, okay, das nehme ich jetzt auch mal raus. Zum Beispiel, was ich gerne mal machen möchte, auch nie gemacht habe, von meinem Lieblingsbuch die Hauptpersonen nehmen und die in eine andere Geschichte reinschreiben. Das bringt so viel. Dinge, die uns kreativ ein bisschen fördern können. Zum Beispiel, Leute, die gerne schreiben, wissen es, Notizbücher und Stifte, aber es geht gar nicht um, dass es das für jeden ist, sondern was es auch immer für euch ist. Wenn ich zum Beispiel einen Vortrag halte oder einen Workshop gebe, trage ich immer diesen Blazer, weil der mich irgendwie, das ist mein Motivationsschub, der mich da reinbringt in die Stimmung. So, da wir jetzt schon mal in 20 Minuten angekommen sind, würde ich jetzt nicht noch mit euch sammeln, was es noch gibt, aber ich lade euch dazu ein, wenn ihr was habt, wenn euch jetzt irgendeine Idee kam, schreibt es gerne auf das Ding drauf oder schreibt es mir, dann packe ich es in die Präsentation, die wir dann teilen können. Da ist ganz am Ende, sind Bücher und Quellen und da wird es dann auch noch dran gepackt. Hier habe ich noch ein paar, falls niemand was sagt, habe ich noch ein paar aufgesammelt, aber da muss ich mir ja keine Sorgen machen bei euch, das habe ich ja schon gemerkt. Die meisten Sachen habe ich schon gesagt. Wenn da App steht, hast du da eine bestimmte? Oh ja. Oh ja. Jein, sondern eher zum Beispiel, ich finde Google Docs, da gibt es super viele Buttons und ganz, ganz viel Ablenkendes. Und es gibt es auch nicht im Dark Mode, in dem ich gerne schreibe. Ich hatte eine Zeit lang, da habe ich da einfach nicht gern geschrieben und fand es keine so kreative Umgebung dafür. Dann habe ich einen anderen Editor benutzt, Bear heißt der. Der spaßt dann unbedingt, da ist einfach nichts. Man kann alles machen, aber man muss es alles mit Kursprofilen machen, man sieht nichts außer das leere Blatt Papier. Also wechselt mal eure App ab, die ihr benutzt, vielleicht hilft das was, damit ihr kreativ sein könnt. Aber sonst gibt es da auch noch ganz, ganz viel mehr, da hast du recht. Da gibt es Apps, die dir Ideen geben und Clues geben. Es gibt so Zeitlimitations-Apps, also dass ihr sagt, okay, ich schreibe jetzt die beste Kurzgeschichte der Welt und ich poste die, aber ich habe nur 45 Minuten Zeit, go. Und da gibt es zum Beispiel Apps, die lassen so einen kleinen Baum wachsen und wenn du früher aufhörst, dann stirbt dieser Baum. Und dann motiviert das hoffentlich gut. Oh, das wäre krass. Es gibt auch eine App, die sperrt deinen Rechner, bis du die Wortanzahl geschrieben hast, die du dir vorgenommen hast. Und klar, wenn man irgendwie Entwickler ist und richtig krass ist, kann man das umgehen, aber so als jemand, der das gar nicht kann, für mich geht es dann gar nicht. Da habe ich mich nicht dran getraut. Genau, da steht auch Kaffee, das passt auch zum Rauchen und Duschen und alles, was wir vorhin gesagt haben. So ein Ritual und eine Regelmäßigkeit bringt uns auch in diese kreative Stimmung rein. Also wenn wir sagen, wir sitzen jeden Morgen um neun am Tisch und da sind wir kreativ bis um elf, dann gewöhnt man sich da dran. Und wenn man dann stecken bleibt und das einfach wirklich übt und diese Methoden benutzt, dann kommt da auch mehr, dann wird es auch besser. So, das machen wir kurz. Inspiration. Inspiration finden ist für mich so das, okay, was sauge ich auf, damit dann Kreativität rauskommt. Der Unterschied für mich zwischen den zwei Sachen ist zum Beispiel, ich kann so viele Ideen haben, wie ich möchte, wenn ich sie nicht umsetze, bin ich nicht kreativ. Dann ist das nur in meinem Kopf, dann bin ich inspiriert, aber es kommt am Ende halt nichts dabei raus. Überspringen das jetzt einfach mal. Genau, was ich sage oder was ich euch empfehle, wenn ihr merkt, ich habe keine Idee, ich möchte was schreiben, entwickeln, keine Ahnung was machen. Lest, konsumiert Inhalte, schaut euch wie gesagt um, aber schaut natürlich nicht ab, aber guckt, was die anderen machen. Zum Beispiel Game of Thrones, die ganzen Sachen, die da vorkommen, die uns so faszinieren, das sind alles keine neuen Sachen, die gibt es schon in anderen, in ganz alten Mythen. Nur was in dieser Saga so gesammelt ist, ist, dieser Autor ist echt grausam mit seinen Charakteren, also der kennt ja gar nichts. Langweilt euch, das ist auch, was wir vorhin gesagt haben, wenn ihr spazieren geht, lasst den Kopf frei werden, sucht euch dafür wirklich aktiv Zeit oder sitzt doch einfach mal nur in eurem Zimmer, in eurem Arbeitszimmer, legt das Handy weg und macht einfach nichts. Langweilt euch aktiv, das kann man sich ja gar nicht so richtig vorstellen, weil man hat ja immer das Handy und irgendwie was. Also ich weiß nicht, ich frage jetzt einfach mal, wem war denn wirklich schon mal richtig langweilig dieses Jahr? Richtig, ja als Kind war mir sau oft langweilig. Achso, okay. In den letzten zwei Jahren, mal so richtig langweilig, wo du nichts gemacht hast, kein Handy in die Hand genommen hast. Wer sagt noch von sich, mir war aber richtig, richtig langweilig. Hast du wirklich gar nichts gemacht und wusste nichts mit dir anzufangen? Also da gibt es öfter Momente, ja. Also ich meine, genieße es ein bisschen auch. Gell? Also ich versuche es natürlich da. Ja. Also Mittagsschlaf zum Beispiel ist ein langweiliger Moment. Aber auch eine, wo man die besten Ideen, habe ich auch als auf dem Fahrrad nach Hause und nicht am Schreibtisch. Das ist dann auch total unpraktisch. Da habe ich einfach schon abgeschlossen mit dem Tag und der Kopf wird frei und dann kommen die Ideen. Andere Menschen Neues ausprobieren, vor allem auch Sachen, vor denen man Angst hat, also zum Beispiel einen Vortrag halten oder einen Kurs machen. Das ist so inspirierend und fördert so die Kreativität. Auch mal sich mit unerwartetem Aussetzen. Also zum Beispiel, ich gehe super gerne in die Sneak Preview, auch wenn da gerne mal Filme kommen, die nicht toll sind. Aber da kriegt man einfach nochmal andere, ja, anderen Input. Oder auch wenn FreundInnen euch irgendwo hin mitnehmen möchten und ihr kennt es nicht. Ich informiere mich dann einfach gar nicht, ich gehe einfach mit. Ich habe es auch schon arg bereut, aber manchmal ist es auch einfach toll und man lernt neue Sachen kennen, auf die man nie gekommen wäre. Editorial, damit meine ich das, was ich vorhin gesagt habe. Nehmt einen Charakter aus einem Buch, macht irgendwas damit. Wenn ihr MusikerInnen seid, nehmt ein Instrument oder eine Melodie, macht irgendwas damit. So kann man das üben und dann irgendwann kommt was Neues. So, Zusammenfassung. Alle sind kreativ und man fühlt sich auch ab und zu mal unkreativ. Gibt es denn jemanden, der immer nur kreativ ist und nie sagt, oh, das funktioniert gar nicht. Das fände ich jetzt krass, weil die Person mich, oh, ich dachte kurz. Ne. Das Problem mit Kreativität, dass es schwierig ist, es wird uns für immer begleiten. Aber es gibt unendlich viele Möglichkeiten, das zu üben. Wir müssen nur einfach mit dem Mindset dran gehen, dass man es üben kann. Und es auch machen. Üben. So. Ich habe sehr viel überzogen. Wir machen die Übung nicht mehr. Vielleicht später, wenn ich noch mit euch ein Bier trinke. Dann war es das von mir. Dankeschön, dass ihr mir zugehört habt. 26 26 88 steht auf der Uhr. Sarah, vielen Dank für deinen Vortrag. Gibt es da noch Fragen an dieser Stelle oder vielleicht noch Ergänzungen? Hat jemand noch eine, zwei Anmerkungen dazu? Ich habe eine ganz kleine Ergänzung. Schlafen gilt auch. Also der Mittagsschlaf, das war ein Problem. Da gerne auch ein Notikbuch neben dran legen. Manchmal kommt ein Nachtslande gesteckt. Wir posten das auch nochmal auf Social, guter Hinweis. Und dann wird das da vielleicht auch nochmal ergänzt. Genau. Schlafen, Notizen. Gut. Noch weitere Fragen? Oder erst mal erschlagen. Am besten gehst du in die kleinen Runden, stellst dich dazu. Und dann kann die Geschichte erzählt werden. Ich nehme im Morgensprima drei Morning Pages und schreibe Kaffee, Kaffee und Kaffee drauf. Ja, tatsächlich. Dann ist er raus, der Kaffee. Ja, siehst du, der Erdmann muss ja rein. Genau. Aber ja, wunderbar. Vielen lieben Dank für deinen Vortrag. Und das war der erste Feierabend dieses Jahr. Und es geht weiter am 14. Februar. Das ist der Valentinstag. Oh. Da könnt ihr euch sehr gut überlegen. Oder vielleicht auch nicht. Wenn ihr die Prostilion-Meldung noch kennt. Oder dieses eine Ding. Mann wittert Falle. Weil die Frau sagt, der Valentinstag wäre echt wichtig. Ich weiß nicht, wer die hat. Die kennt. Sehr lesenswert auf jeden Fall. Genau. Also am nächsten Feierabend am 14. Februar. Valentinstag. Kommt gerne wieder vorbei. Schaut vorbei. Teilt das auch nochmal mit eurer Community. Euren Freunden, Bekannten. Bringt die gerne das nächste Mal mit. Hat sehr viel Spaß gemacht, mir auch heute wieder hier vorne zu stehen. Mit der ganzen Bande. Und vielen Dank auch an dieser Stelle noch an Solli. Unsere neue Eventstrategie, die da hinter der Kamera steht. Wuhu. 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 Wuhu.